Ja, dagegen sollten wir als Linke natürlich auch sein. Also wie gesagt, unser Rechtsstaat, der hätte ja früher mit lascheren Polizeigesetzen nicht schlechter funktioniert. Also dieser Terrorismus, den nimmt man dann immer als großen Vorwand, um dann eigentlich andere Ziele verfolgen zu können, um dann mehr Repressionen ausüben zu können gegen Oppositionelle, wenn man es dann bei Bedarf braucht. Also beispielsweise die Kategorie des Gefährders, um mal ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, die ist völlig irrsinnig. Das sind Leute, die haben sich keine Straftaten zu Schulden kommen lassen, die werden vom Staat nur als gefährlich eingestuft. Sowas darf ein liberaler Rechtsstaat nicht machen. Aber zu sagen, der hat jetzt eine extreme Auffassung, keine Ahnung, der ist rechtsradikal, linksradikal, islamistisch, wirklich radikal, was auch immer. Und dann ist der jetzt ein Gefährder. Sowas darf ein liberaler Staat eigentlich nicht machen. Du darfst nur sagen, okay, der plant vielleicht jetzt konkret eine Straftat, dann können wir da Schritte unternehmen, dass er die Straftat nicht ausführt. Oder der hat eine Straftat ausgeführt, dann können wir ihn jetzt bestrafen. Aber nicht, der hat irgendwie eine falsche Gesinnung. Also der ist ein Gefährder, ist ja schon so de facto ein Gesinnungsstraftatbestand. Und sowas sollte es im Rechtsstaat meiner Meinung nach beispielsweise überhaupt nicht geben. Ja, aber dafür haben wir dann quasi unsere Juristik auch, oder die das ja irgendwo auch dann... In Deutschland haben wir noch diese Besonderheit, dass wir einen Verfassungsschutz haben. Das ist ein Geheimdienst, den es in der Form in wenigen anderen Ländern so gibt, dass es in historischen Sondersituationen entstanden, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich erkläre es, glaube ich. Damals hatten wir die Organisation Gehlen. Das war der Auslandsgeheimdienst, teils auch Inlandsgeheimdienst, der unter Kontrolle der Amerikaner stand. Geleitet wurde die von Reinhard Gehlen. Das war ein ehemaliger Nazi, der dann für die USA Spionagearbeit auch in der damaligen Sowjetunion gemacht hat. Und was war mehr oder weniger der deutsche Geheimdienst, den wir damals hatten? Der wurde dann später in BND umgenannt. Also Organisation Gehlen Mitte der 50er Jahre hieß die dann plötzlich Bundesnachrichtendienst BND. Also die Entnazifizierung bestand in vielen Behörden in Westdeutschland einfach darin, dass man dann den Namen geändert hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall hat das Bundeskanzleramt gesagt, nee, da brauchen wir jetzt ein Gegengewicht. Wir führen jetzt einen Verfassungsschutz an, der unter unserer Kontrolle steht. Die Engländer und die Franzosen, also gehörten ja mit zu den Siegermächten damals, die waren da ganz positiv gegenüber gestimmt, und da sie halt den Einfluss der USA in Deutschland nicht zu groß wollten werden lassen. Denn es gab ja den westdeutschen Geheimdienst, über den die USA dann letztlich die Hand hatten über die Organisation Gehlen. Deswegen ist es der Bundesrepublik dann gelungen, quasi den Verfassungsschutz dagegen zu setzen. Und ja, heute haben wir ja diese Situation nicht mehr, dass wir einen Auslandsgeheimdienst haben, der eine Unterorganisation der CIA ist. Also das ist der BND ja nicht mehr. Der ist ja ein ganz normaler Auslandsgeheimdienst. Deswegen ist auch der Verfassungsschutz. Also seit den 60er, 70er Jahren gibt es keine Existenzberechtigung mehr für den Verfassungsschutz. Der gehört abgeschafft. Das ist ein potenzielles Repressionsinstrument, was die Regierung gegen Oppositionelle nutzen kann. Und was sie teils auch schon macht. Also die Nume Welt beispielsweise, die wird vom Verfassungsschutz als linksextrem eingestuft. Also okay, das sind Kommunisten, da kannst du jetzt sagen, inhaltlich, will ich mich jetzt nicht inhaltlich zu äußern, aber warum macht der Verfassungsschutz sowas? Um den mit Finanzierungsquellen zu entziehen, um die zurückzudrängen. Er nimmt also aktiv Einfluss auf den politischen Diskurs. Auf eine Zeitung, die nichts weiter macht, als eine abseitige Meinung zu verbreiten. Genau das Gleiche passiert natürlich auch auf der rechten Seite. Also Junge Welt hatte ich jetzt nur als ein Beispiel genommen. Und sowas ist etwas, was für eine Demokratie gefährlich ist, weil so ein Instrument natürlich auch missbraucht werden kann. Wie gesagt, ich würde sagen, wenn eine Zeitung, die nichts anderes macht, als ihre Meinung zu verbreiten, in völlig friedlicher Form, wenn die da eingestuft und somit zurückgedrängt wird und beobachtet wird, dann ist das schon ein unzulässiger Eingriff an die Meinungsfreiheit, meiner Meinung nach. Aber was wäre jetzt die Lösung hierfür? Verfassungsschutz abschaffen. Ehrlich? Weiß ich nicht. Ersatz muss weg. Weißt du, das ist echt gut? Ja, ich habe gerade die historische Sondersituation erklärt, in der der entstanden ist. Dafür gibt es heute keine Rechtfertigung mehr. Also wir haben eine Polizei, die geht gegen Organisationen vor, die, keine Ahnung, Sprengstoff bunkern, Terroranschläge planen oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung beseitigen wollen. Das ist ja alles verboten. Also wenn du das machst, dann wirst du festgenommen, kommst du ins Gefängnis oder dir wird deine politische Arbeit mindestens untersagt. Also das geht in Deutschland ja schon. Wir haben schon genug Repressionsinstrumente gegen Leute, die eine aggressiv-kämpferische Haltung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung haben. Aber wir brauchen dann nicht noch eine Behörde, die dem Innenministerium unterstellt. Und genau das ist der Verfassungsschutz. Der ist ein Organ, der ausführt, was die Innenministerin sagt. Also wenn Nancy Faeser sagt, beobachte den mal und der Verfassungsschutzpräsident das nicht macht, dann wird er entlassen. Der neue Verfassungsschutzpräsident macht das dann. Also selbst wenn der Verfassungsschutzpräsident das eigentlich nicht wollte, also selbst wenn er nicht politisch gebunden wäre und man sieht, dass der Verfassungsschutzpräsident leicht politisch, also dass der auf jeden Fall einen politischen Einschlag hat. Also der hat ja beispielsweise gesagt, nicht nur der Verfassungsschutz sei dafür verantwortlich, dass die Umfragewerte der AfD reduziert werden müssten. Also das ist ja eine klare parteipolitische Verortung. Wir sind gegen die AfD. So was darf doch der Chef einer angeblich neutralen Staatsbehörde, die einen riesigen Repressionsapparat hat, die überall V-Leute einsetzen kann. So was darf der doch nicht machen. Das ist doch ein völlig unverhältnismäßiger Eingriff in den politischen Wettbewerb. Okay, also muss ich ehrlich sagen, ich habe da zu wenig Ahnung. Also ehrlich, ich könnte jetzt hier nicht Ja oder Nein sagen, ich müsste mich damit echt erst beschäftigen. Aber ist es dann nicht auch so, dass wenn zum Beispiel der Verfassungsschutz, der kann das ja letztlich auch unterprüfen, oder? Also die haben ja keine richtige exekutive Macht. Der kann geheimdienstliche Mittel einsetzen. Der kann Leute ausspionieren und die Infos, wo landen die dann? Bei der Innenministerin letztlich. Die kann die dann nutzen. Also du kannst die Leute jetzt nicht abholen lassen, aber es würde schon sagen. Aber muss das von irgendwo erst zugelassen werden? Also muss das erst gewisse Instanzen durchgehen, bevor der Verfassungsschutz das überhaupt darf? Du kannst dagegen klagen. Aber ich meine, wenn jetzt zum Beispiel der Verfassungsschutz solche Mittel in Betracht, also wenn er jetzt eingesetzt wird, müsste das erst richterlich entschieden werden oder ähnliches? Oder dürfen die sich einschalten, wann die wollen? Du kannst, wenn du beobachtet wirst, dagegen klagen. Hm. Aber dazu müsste man es ja erst wissen, oder? Ja, die AfD beispielsweise ist als rechtsextrem eingestuft. Also nicht die ganze AfD, sondern einige Landesverbände der AfD, jetzt gesichert rechtsextrem, die können dann dagegen klagen. Also wie erfolgreich das dann im Einzelfall ist, muss man dann sehen. Wenn nicht, dann können halt gegen einzelne AfD-Politiker aus diesen Landesverbänden die geheimdienstlichen Mittel eingesetzt werden. Dann können da V-Leute eingeschleust werden. Also dann sitzen V-Leute eventuell in deutschen Landtagen und entscheiden damit, welche politischen Entscheidungen gefällt werden. Also das kann dann sehr, sehr problematisch werden. Also wenn es ganz schief läuft. Hm. Also das ist eine Partei, die hat bald, wenn bald Bundestagswahl ist, ein Fünftel bis ein Viertel der Wählerstimmen. Also wenn da dann V-Leute plötzlich im Bundestag sitzen würden, dann wäre das meiner Meinung nach problematisch, wenn die dann über wichtige Dinge mitentscheiden dürften. Oder auch nur in Landesparlamenten, das riecht ich ja schon. Puh, ja, da kann ich jetzt schwer was zu sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kann ich jetzt auch keine Stellung zu beziehen. Da kenne ich mich ehrlicherweise zu wenig mit aus. Ja, weil es um freien Diskurs ging und das gehört halt dazu. Also Leute als rechtsextrem zu diffamieren und da noch einen staatlichen Repressionsapparat hinterzustellen. Und wenn du sagst, der ist rechtsextrem, da will natürlich keiner mehr mit deinem Kontakt haben. Keiner will da mal was hinspenden. Also dann alleine diese Einstufung als linksextrem oder rechtsextrem, also das wird bei der jungen Welt beispielsweise ganz offen gesagt, die dient dazu, um diese Leute zu diskreditieren und ihre Stellung im Diskurs zurückzudrängen, um halt jeden, der da irgendwie Kontakt mit denen hat, in den Verdacht der Kontaktschuld zu bringen. Also auch das ist ja ein Mittel, um den Diskurs in eine gewisse Richtung zu lenken. Ja, das sind halt so Manipulationstaktiken einfach. Kann man auch populistisch dazu sagen, letztlich? Ich mag den Begriff Populismus nicht. Definieren wir Populismus. Ja, ich habe jetzt, wie soll man das sonst nennen, wenn ja solche Dinge dann letztlich auch in öffentlichen Medien oder in der Öffentlichkeit stattfinden, wenn man halt gezielt zum Beispiel gegen Leute hetzt, wie jetzt zum Beispiel mit dem Sozialgeld, wo ja dann quasi aufgestachelt wird gegen Leute, also Leute, die arbeiten, fühlen sich quasi von Sozialgeldempfängern bedroht, was natürlich, wenn du mich fragst, ja schwachsinnig ist. Also was kann denn der Sozialgeldempfänger dafür, wenn jemand so, am Ende geht es ja darum, dass man menschenwürdig lebt, oder? Ja, das ist jetzt ein abstrakter Wert, aber du kannst es auch noch materialistisch begründen. Also wenn du den Leuten weniger Geld gibst, dann sinkt der Reservationslohn. Also da sinkt der Lohn, zu dem diese Leute bereit wären zu arbeiten. Also dann wären diese Leute, wenn du denen jetzt weniger Hartz IV gibst, bereit zu einem niedrigeren Lohn zu arbeiten. Das heißt, du sprichst dann mit Niedriglohneempfängern noch schlechter und setzt sie einer härteren Konkurrenz aus. Ja, genau, das ist, was ich mache. Also genau das wollte ich dir sagen. Also wenn man ja letztlich, also wenn jemand, der arbeitet, dafür spricht, dass man weniger Sozialgeld kriegen soll, greifen sie doch damit ihr eigenes Gehalt an, oder? Weil letztlich könnte man ja dann sogar den Leuten noch weniger bezahlen. Oder? Ja, wie gesagt, es verschlechtert die Situation, die Verhandlungsposition aller Arbeiter, wenn du sie mehr unter Druck setzt, jeden Job annehmen zu müssen. Also Deutschland hat ja mit Hartz IV, das war ein explizites Ziel, Lohndumping betrieben und sich damit Wettbewerbsverurteile gegenüber anderen europäischen Ländern erschlichen. Deswegen haben wir so hohe Exportüberschüsse gehabt. Deswegen gab es in Deutschland so einen riesigen Exportboom. Deswegen haben wir Leistungsbilanzüberschüsse von in der Spitze 9% 2015 gehabt. Also das war völlig, völlig jenseits dessen, was man in einer Währungsunion eigentlich haben sollte. Ja. Ja, aber jetzt ist natürlich meine Frage als About-of-Fruit, warum fallen die Leute darauf rein? Was ist der Grund, dass dann die Leute dennoch, also dass gerade die Niedriglohnarbeiter am Ende halt wirklich glauben, dass ihnen damit geholfen wird? Weil das ist ja, das interessiert jetzt mich zum Beispiel am allermeisten. Warum fällt man auf sowas rein? Merken die das nicht? Weil die Medien diese Zusammenhänge nicht erklären. Beziehungsweise sie absichtlich aufstacheln. Also du hast ja dann bei der Bild so einen Arno Dübel, der wird hochgehoben und der kriegt euer Geld. Guck mal, der hat seit 30 Jahren nicht gearbeitet. Und wenn sich dann die Zahlen anguckt, es gibt in Deutschland 2,6 Millionen Arbeitslose, 1700 noch was, total Verweigerer unter den Hartz-IV-Empfängern, also weniger als 2000 Leute und von diesen total Verweigerern, da gibt es dann auch noch sehr viele, die sind psychisch krank, die haben wirklich andere Gründe, als sie wollen das nicht, sondern sie schaffen das einfach nicht. Also du hast ein paar Dutzend, ein paar Hundert, wenn es hochkommt, Leute, die wirklich sagen, nee, ich arbeite aus Prinzip hier nicht mit dem Arbeitsamt zusammen, ich habe wirklich keine Lust auf irgendwas. Ein paar Hundert von über 2 Millionen Leuten, also 2 Millionen offiziellen Arbeitslosen, also insgesamt Bürgergeld und Grundsicherung im Alterempfänger, das sind ja, glaube ich, über 6 Millionen. Also das sind ja noch viel mehr. Die Arbeitslosenzahlen, die werden ja auch schön gerechnet, damit man der Bevölkerung sagen kann, hey, so schlimm sieht es doch gar nicht aus. Aber das ist ja in vielen Ländern so. Also die harmonisierte Quote, die wird sogar noch mehr schön gerechnet, als die deutsche Arbeitslosenquote. Das ist auch ganz lustig, dass Deutschland da noch weniger schön rechnet und trotzdem die Arbeitslosenquote total verfälscht ist. Also, ja, wenn es eine wirtschaftliche Kennzahl gibt, der man so nicht glauben sollte, dann ist das die Arbeitslosenquote. Und dazu, also wie gesagt, für diese sowieso schon schön gerechneten Arbeitslosenquote, haben wir dann laut offiziellen Zahlen nur 800.000 offene Stellen. Also sogar ein bisschen weniger. Also über 200 Millionen Arbeitslose, 800.000 offene Stellen. Also man kann diese Leute gar nicht in Arbeit bringen. Also es gibt in Deutschland keinen Fachkräftemangel, keinen Arbeitskräftemangel, sondern einen Mangel an gut bezahlten Arbeitsstellen. Einen Mangel überhaupt an irgendwelchen Arbeitsstellen. Und in so einer Situation zu sagen, wir sollten noch mehr Druck auf die Leute ausüben, damit sie Arbeitsstellen annehmen, die es nicht gibt, also das widerspricht jeder makroökonomischen Vernunft. Aber diese Zahlen, die werden in den Medien nicht genannt. Den Leuten erzählt man das nicht. Und erzählt den, guck mal, der Hartz-IV-Empfänger, der kriegt so viel Geld, und weil der Geld kriegt, musst du so viel Steuern zahlen, was auch falsch ist. Denn was viele nicht wissen, der Grundfreibetrag bei der Einkommenssteuer, woran bemisst er sich? An der Höhe des Existenzminimums. Also an der Höhe des Hartz-IV-Ersatzes. Wenn du Hartz-IV erhörst, dann erhörst du auch den Freibetrag bei der Einkommenssteuer. Ja. Aber was machen wir jetzt damit? Also was könnten wir jetzt tun, um... Also was ist das beste Mittel, um die Leute dazu zu motivieren, sich diese Informationen zu holen? Also natürlich könnte man jetzt sagen, ja, wir verändern die Medien. Na, dass die das vielleicht besser vermitteln müssen von mir aus. Aber ich persönlich würde eher sagen, dass man natürlich auch eine gewisse Eigenverantwortung trägt. Und das ist so etwas, was ich ein bisschen interessant finde. Da würde mich tatsächlich sehr deine Meinung interessieren, weil ich habe oft das Gefühl, wir leben zwar in Deutschland in einer Demokratie, wo wir ja eigentlich als Volk ja wählen, oder? Aber irgendwie wirkt das oft so, als ob die Leute, und das merke ich auch oft, wenn man zum Beispiel Politiker kritisiert, dass das so wirkt, als ob man... Also als ob Politiker wie so Könige behandelt werden. Also nicht, dass... Weil ich habe ja das Gefühl, in Deutschland ist es ja eher so, dass wir ja als Gesellschaft eigentlich die Verantwortung tragen. Und wir entscheiden ja, wenn wir halt nur entsprechend auch was tun. Das heißt, unsere Eigeninitiative entscheidet ja letztlich auch darüber, wie gut es, sag ich mal, in diesem dezentralen Kollektiv läuft. Wenn genug Leute eine Meinung sind, dann kann man das ja auch umsetzen. So, ich habe aber eher das Gefühl, dass bei uns in der Gesellschaft so eine Art von Drehkeit herrscht. So, man tut eigentlich... Man ist ja... Man merkt es ja auch jetzt zum Beispiel, wie leicht man auf sowas reinfällt, wie, ne, so die Arbeitslosen sind zum Beispiel das Problem, weil die Leute es ja einfach nicht besser wissen wollen, wenn du mich auch fragst. So, es ist ja auch ziemlich leicht gesagt, ja, aber die Medien haben mich nicht besser informiert. Und es ist auch meiner Meinung nach sehr leicht gesagt, zu sagen, ja, die Grünen, ist ja jetzt momentan auch ganz beliebt, die Ampel, die Grünen sind an allem schuld. Aber irgendwie sehe ich das halt nicht so. Also, beispielsweise Sanktionen gegen Russland, die haben ja durch den Preisschock, den sie ausgelöst haben, an den Rohstoffmärkten, die Reallöhne 2022 um 4% einbrechen lassen. Also, daran ist ja die Ampelkoalition mit schuld. Sie hat das auf EU-Ebene ja vorangetrieben und mit beschlossen. Ja, okay. Ja, okay. Ist ein Punkt, aber ich meine, Parteien werden ja generell wahrscheinlich immer Fehler machen, oder? Das ist kein Fehler. Das ist ein bewusster Schaden, der in Kauf genommen wird, um den geopolitischen Konkurrenten Russland zu schwächen. Und diese Schwächung, die ist meiner Meinung nach nicht in europäischem Interesse, erst recht nicht im Interesse von der Mehrheit der hiesigen Bevölkerung und sollte deswegen auch nicht stattfinden. Also, wir sollten die Russland-Sanktionen meiner Meinung nach, und damit sind wir jetzt wieder bei der Wagenknecht-Partei und auch noch bei einem komplett anderen Thema, lustig, wie wir hier springen, wir sollten meiner Meinung nach komplett gestrichen werden. Was denkst du darüber? Also, nochmal konkret, was soll gestrichen werden? Die Russland-Sanktionen. Stattdessen was tun? Kompromissfrieden und neue Friedensordnung für ganz Osteuropa mit Russland. Schwierig, ehrlich gesagt. Was würde das für die Ukraine bedeuten? Für die Ukraine? Das kann man natürlich nicht konkret sagen. Das muss man halt in Verhandlungen ausverhandeln. Aber Ukraine hat ja aktuell Verhandlungen mit Putin per Dekret verboten. Das heißt, aktuell ist ja die Ukraine komplett verhandlungsunwillig. Die russischen Forderungen lauten aktuell Entnazifizierung, Demilitarisierung. Die beiden Forderungen sind nicht so wichtig. Die waren auch bei den letzten Friedensverhandlungen, die es in Istanbul gab, relativ schnell vom Tisch. Da hatte man sich relativ schnell geeinigt. Und Neutralität. Das ist die Forderung, über die es am meisten Konflikt gab. Und mittlerweile haben sich die russischen Forderungen etwas erhöht. Damals waren das die drei russischen Friedensforderungen. Heute fordert Russland noch die Anerkennung der Territorialrealitäten. Also die Annexion von vier ostukrainischen Oblasten durch Russland. Und das wäre das maximal Schlimme, was der Ukraine in Friedensverhandlungen passieren könnte. Also du würdest nicht sagen, also meinst du, man sollte das quasi politisch trennen, wie ein Russland zum Beispiel mit politischen Gegnern umgeht? Also sollte man da quasi... Also ich habe das jetzt so wahrgenommen, dass natürlich auch diese Sanktionen gegenüber Russland ja irgendwo ja auch eine Art von Widerstand sind, um sich... oder? Nein. Also Russland hat mit dem Ukraine-Krieg das Monopol des Westens auf Angriffskriege infrage gestellt. Also der Westen ist ja in der Vergangenheit auch überall einmarschiert. Libyen, Afghanistan, Irak, Serbien. Also der Westen hat sich ja nie darum geschert, wenn irgendwo ein Land angegriffen wurde. Aber der Westen wollte ein Monopol darauf. Er wollte der einzige Großraum sein, der andere Länder zur Raison bringen kann. Und Russland hat dieses Monopol nun in Frage gestellt und sich damit aggressiv gegen den Westen positioniert. Das will der Westen... Ja, damit will der Westen Russland jetzt zurückdrängen, wo Russland wirtschaftlich schwächen, deswegen dieser Wirtschaftskrieg. Aber das ist ja größtenteils gescheitert. Wie Russland mit politischen Gegnern umgeht, das ist doch dem Westen relativ egal. Der ukrainische Haft, da ist vor kurzem ein amerikanischer Journalist verstorben. Gonzalo Lira hieß der. Also der wurde verhaftet, weil er halt den westlichen Einfluss auf die ukrainische Regierung sowie die Kompromissunwilligkeit der ukrainischen Regierung kritisiert hatte. Also ein Journalist, der einfach nur seine Arbeit gemacht hat, der nicht mal aus der Ukraine kam, sondern aus den USA, der da vorher schon hingezogen war, also der da lebte als US-amerikanischer Journalist, der dann da in diesen Krieg mit reingezogen wurde, dann einfach seine Arbeit gemacht hat. Der wurde festgenommen, untersuchungshaft gesetzt und der ist jetzt tot. Lungenentzündung gestorben. Und Lungenentzündung ist ja nichts, woran du eigentlich stirbst. Also in der Ukraine, da werden politische Gegner auch eingesperrt und umgebracht. Die Ukraine brüstet sich mit Morden an politischen Gegnern im Ausland. Also die ukrainische Regierung, aus dem ukrainischen Sicherheitsapparat, die Regierung sagt, diese Listen seien nicht von ihr, aber da existieren Listen von Leuten, die man doch bitte töten solle. Also Todeslisten. Das gibt es alles in der Ukraine. In der Ukraine wird Kritik an der Regierung mit 15 Jahren Haft geahndet. Also um Meinungsfreiheit, um Werte, um all das geht es da nicht. Es geht um Macht. Es geht immer um Macht. Es geht da nicht darum, welche Moral sich durchsetzt oder sonst irgendeinen Unsinn. Hm, aber ja, okay. Aber das ist ja auch nicht gut. Also das ist halt auch so eine Thematik, da kann ich echt nicht viel zu sagen, ehrlich gesagt. Halt nicht, weil ich mich jetzt damit nicht befassen will, sondern weil ich mich damit einfach noch nicht beschäftigt habe. Also ich könnte jetzt eigentlich nur eine falsche Antwort bringen. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 ja. Sorry, ich hatte gerade eine Fliege in meiner Tasse. Alles gut, ich sehe sie. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ich glaube, die wollte was trinken. Ja, ich glaube auch. Ich setze immer wieder. Jetzt will die nicht von meiner Hand runter. Aber ich würde sagen, damit es irgendwie doch in den About-of-Root-Stream reinpasst, aber wenn ich schon darauf keine Antwort geben kann, wäre vielleicht für mich die interessante Antwort, wie gehen wir mit Daten um? Also wenn wir jetzt vielleicht bei dieser Thematik bleiben, weil ich habe das Gefühl, dass, und dann nehme ich jetzt möglicherweise mich selber als Referenz, wenn man jetzt zum Beispiel nicht weiß, wie man richtig handeln soll, oder nicht mal, nee, nee, warte mal, nicht richtig handeln, sondern wenn ich nicht weiß, wie da, was da genau passiert zum Beispiel. Also diese politischen Sachen, weil einerseits heißt es ja, dass es richtig, was getan wird, auf der anderen Seite kommt, es ist falsch. Aber eigentlich habe ich da wieder so ein bisschen dieses, diese Befürchtung, da geht es auch wieder in Richtung dessen, wie Leute sich quasi gegen die Sozialempfänger aussprechen. Also dass man im Prinzip letztlich keine Ahnung hat und natürlich diese Unahnung ist ja auch hier irgendwo gerade bei mir vorhanden. Also letztlich kann ich jetzt kein Statement drauf geben, weil ich mich jetzt weder pro oder kontra aussprechen will, weil ich nicht kann. Bei Konflikten, wo ich mich nicht so mit beschäftigt habe, da würde ich einfach sagen, ich bin erstmal für den Frieden. Also ich bin dafür, dass es möglichst Verhandlungen gibt, dass möglichst ein Kompromiss angestrebt wird. Selbst wenn ich mich mit dem Konflikt noch nicht viel beschäftigt habe, aber mit dem Ukraine-Krieg habe ich mich jetzt ein bisschen beschäftigt. Da kann ich auch ziemlich gut begründen, warum ein Frieden realistisch möglich wäre und warum Frieden ist, was da in den Medien erzählt wird, so ziemlich, einen ziemlich antirussischen Einschlag hat und sehr kriegshetzerisch ist, meiner Meinung nach. Da habe ich auf meinem Erstkanal auch schon Videos zu gemacht, das brauche ich jetzt nicht genauer ausführen. Also kann sich ja jeder ansehen. Hatte ich zuletzt ein sehr langes Video, wo ich auch so wirklich ziemlich komische Pläne von so einem deutschen Think Tank kritisiert habe. Da hatte ich ein ziemlich langes Video zu dieser Argumentation gemacht. Aber ich würde sagen, erstmal immer für den Frieden sein. Ich meine, du sagst ja auch, du bist grundsätzlich gegen Gewalt. Und was ist denn die extremere Form von politischer Gewalt als Krieg? Ja, klar. Das ist auf jeden Fall etwas, wo ich mir wünsche, dass es irgendwann nicht mehr nötig sein wird. Aber das geht halt nur über das, dass wir Menschen uns halt auch irgendwie intellektuell weiterentwickeln. Also ich finde es halt interessant, weil einerseits klar, wir können darüber reden, was momentan passiert. Aber interessant finde ich halt dabei viel mehr, warum wir das überhaupt tun. Klar, jetzt könnte man sagen, Gier, Macht, die ganzen Punkte und natürlich wird das auch stimmen. Aber am Ende scheitern wir ja eigentlich an dem Wissen, oder? Warum wir? Also es gibt Staaten und die haben Interessen. Und ich bin der Meinung, dass man den Ausgleich zwischen diesen Interessen halt möglichst friedlich erreichen sollte und nicht durch Krieg. Ja, aber jetzt haben wir ja gerade das Problem, dass es ja einfach Menschen, jetzt zum Beispiel in Deutschland gibt, die ja irgendwie nicht ein und dieselbe Meinung teilen. Also nicht mal nur, dass sie sich die ein und dieselbe Meinung teilen, sondern dass wir unterschiedliche Fakten haben. Also es gibt die Leute, die sagen, ja nee, so wie wir das sehen, ist das richtig. Dann gibt es andere, die sagen, nee, ihr seht das falsch. Jetzt ist nur die Frage, woher weißt du jetzt? Weil da sind wir genau wieder bei dem Punkt der Vokies, wo am Ende geht es ja wieder in diese tribalistische Richtung, dass man sagt, ich muss mich ja fast für jemanden bekennen, sofern ich es nicht selber weiß. Das ist ja wie beim Arzt, ich bin kein Mediziner, also vertraue ich halt dem Arzt, weil ich halt weiß, er kann es. So letztlich ist es jetzt so ein bisschen die Schwierigkeit, dass man jetzt sagt, da sind mehrere Experten, aber die Experten widersprechen sich ja untereinander. Wie kann ich jetzt als Laie, und das ist das, was mich interessiert, wie kann ich als Laie jetzt wissen, wer von den Experten redet jetzt die Wahrheit? Wer ist da auf dem richtigen Weg? Nee, ich kann halt gucken, ob die Argumente in sich logisch sind. Wenn beispielsweise ein Experte sagt, Russland, das ist so stark, so mächtig, das ist so gut bewaffnet, dass es uns in ein paar Jahren überfallen wird, dass es die Ukraine vernichten könnte. Und Putin, der ist komplett irre geworden, der würde auch auf jeden Fall die NATO angreifen, wenn er in der Ukraine Erfolg hat. Die gleichen Experten, die sagen dann aber auf den einen Wand, Moment mal, wenn Putin komplett irre geworden ist, wie kann es, also wenn wir der Ukraine Waffen liefern, ist dann nicht die Wahrscheinlichkeit, dass er überreagiert und Atomwaffeneinsatz viel, viel höher. Und wenn der jetzt wirklich irre geworden sein sollte, wie gesagt, ich halte das für Kriegspropaganda, aber wenn das stimmen sollte, dann ist dann die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation nicht viel, viel höher, wenn wir auch eskalieren. Also das ist ja ein Widerspruch. Also es ist ja ein offensichtlicher Widerspruch. Entweder er ist irre und man sollte alles tun, um ihn zu besänftigen oder er ist rational, dann kann man offensichtlich mit ihm verhandeln. Also egal, wie du argumentierst. Also diese Kriegspropaganda ergibt in sich keinen Sinn. Also von dieser Position, der ist irre geworden. Also wie gesagt, typische Kriegspropaganda, aber selbst von dieser Position aus zu argumentieren, daraus ergibt sich nicht, dass wir noch weiter eskalieren sollten. Also wie gesagt, solche logischen Widersprüche und dann kannst du gucken, woher kommen die Experten? Sind das wirklich Experten? Von wem werden die bezahlt? Also du hast es ja bei zahlreichen Experten, dass sie in irgendwelchen transatlantischen Thinktanks sitzen. Also da ist dann ziemlich klar, dessen Interessen die vertreten. Zum Beispiel die DGAP. Das ist ein Thinktank, der wurde in Kooperation von Cathem House und dem Council in Foreign Relations gegründet. Also das sind zwei, ein britischer und ein amerikanischer Thinktank. Denen geht es darum, die reistliche Hegemonie auf der gesamten Welt durchzusetzen. Denen geht es darum, die unipolare Weltordnung zu erhalten. Und in welchem Sinne werden dann Experten argumentieren, die daherkommen? Hmm. Vielen Dank.